jawoll und weil freitag ist fange ich den freitag einfach mal an verstehst du gute butter gutes brot hausbrot wilmersdorfer straße spezialbäckerei mit einer richtigen mörderkrüste guck mal in der bratwanne mit butter ein bisschen angetoastet ja in der guten laune knoblauch nicht vergessen avocado zwiebeln basilikum das reicht doch oder reicht es nicht frühlingszwiebelchen noch und hier ist nachschub weil es knapp wird okay also freitag muss freitag sein freitag wie freitag und gleich gleich mache ich mich auf den weg werde die unterschrift mit blut leisten und dann fahre ich zum wittenbergplatz gute sachen kaufen danach gute sachen bei bollu ja ich möchte heute was da brutzeln in meiner pfanne ja das möchte ich ohne butter geht hier gar nix pio und das wichtigste habe ich natürlich vergessen die frische gelme dicke rumpel strumpel zitrone richtig dicke zitrone mit dem richtigen dicken zitronen an ja ich habe sie leider weggeschmissen aber die nächste werde ich abraspeln abreiben zitronensalz ist immer sollte immer im haus haben kannst du nicht genug machen ich hole heute noch frisches salz in meiner wohnung soll nie wieder das salz ausgehen